Heute in diesem Video. So sieht es aus. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sondermünzen Video. Ich habe nämlich die nagelneue 2 Euro Sondermünze gekriegt. So sieht es aus. Spannend. Quatsch. So sieht es natürlich aus. Nagelneue 2023. Hamburg. Ich weiß nicht, was ich für ein Gebäude darstellen soll. Aber, warte mal, ich fokussiere mal, geht es überhaupt noch? Ne, geht nicht, weil ich habe reingezoomt. Nichts egal. Das ist auf jeden Fall die neue 2 Euro Münze. Die nagelneue. Ja. Sieht wunderschön aus. Glänzt noch wie neu. Dass er neu ist. Unnustig. Genau. Ja. Alter, sieht man, wie meine Haut einfach am Arsch ist. Guck mal, wie die aussieht. Richtig schrott. Und egal. Wie heißt es so schön? Wo gehobelt wird, fallen Späne. So. Ähm. Ja. Ich geh ja nicht in meine Hände. Sondern um die Münze hier. Ja, ich geh aber auch nicht viel zu sagen. Außer, dass es... Außer, dass ich... Äh. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Außer, dass ich euch es hier vorgestellt habe. Ja. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.